Musik Bildrechte kosten natürlich Etage Musik 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 Moin, grüß dich Meier. Meier! Sürich! Da war gut dran, da sieht doch noch gar nichts dran. Oh, ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Der junge Mann hat ein Messer hier Hey Hey Hallo Feuer Hey 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollen wir ganz kurz machen? Ich spiele ganz kurz. Dankeschön. Ich komme nicht auf dein Video. Ist nicht alles. Ich spiele ganz kurz. Ich habe schon ein Mal. Ich komme nicht zu Hause. Ich führe jetzt bitte etwas lustig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Musik 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 Oh, oh, warte mal, kriegst du schon Angst, die echt. Nee, ich hab dich ja best. Ja, ja, das stimmt. Klasse. Danke schön. Danke. Wir dürfen erst noch ein Röbel machen. Und das ist richtig. Also das nicht die falsche Formation. Stepp. 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 Ja, 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 das stimmt. Ja, 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 das stimmt. Ja, 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 das stimmt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 700 Jahre ist es her, dass der Arzt urkundlich erstmals erwähnt wurde. 1924 in der Amöneburger Kellerei-Abrechnung wird berichtet von der Mainzischen Mühle zu Erchhausen. Das haben wir jetzt im Jahr 2024, also 700 Jahre später, zum Anlass genommen, um unser Jubiläum zu feiern. Ich möchte ein ganz herzliches Dankeschön nochmal sagen an alle die, die auch in den letzten Tagen wieder mit sehr viel Mühe und sehr viel Aufwand dazu beigetragen haben, dass das alles zu organisieren ist, dass das alles irgendwie durchzuführen ist. Für die vielen, die sich in die Dienstpläne eingetragen haben, ohne dieses ehrenamtliche Engagement wären solche Veranstaltungen überhaupt nicht durchführbar. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Applaus Wir sind alle dort, Kinder wissen wie man es macht, eskalieren die Männer ab, uns ist früh wie Abaraft. Wir sind alle hier, die wir sind. Wir sind alle hier. 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 Musik 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 Musik